Hallo, hier ist eure Anna aus dem Team der Heilstein Oase 24. Heute erkläre ich euch in einem kurzen Video, wie ihr Kugelarmbänder ganz einfach und individuell anfertigen könnt. Ihr benötigt dafür eine Big Eye Beading Nadel, unser Elastikband Professional, eine Schmuckschere, Kugeln eurer Wahl und je nach belieben Schmuckelemente sowie ein Perlensortierbrett. Auf meinem Perlensortierbrett habe ich bereits eine Variante eines Armbandes vorbereitet. Hier beträgt die Armbandlänge 18 cm. Von eurem Professional Elastikband schneidet ihr nun mit der Schmuckschere ca. 50 cm ab. Den Elastikfaden einmal doppel legen. Danach in die Öffnung der Big Eye Beading Nadel führen und vorsichtig nach unten ziehen. Und schon kann es mit dem Auffädeln losgehen. Die Kugeln vorsichtig auf das Elastikband schieben. Die Kugeln vorsichtig auf den Anstsatz zu schieben. Und schon kann ich Ihnen mal aus das Elastikband schieben. Die Kugeln und drüben Schmuckschere. Und schon kann es mit dem Auffädeln in der Schmuckschere. Die Kugeln ändert euch nur speist. Das Elastikband vorsichtig aus der Big Eye Beading Nadel lösen. Mit einer Hand die Schlaufe des Bandes festhalten, mit der anderen die beiden Enden. Eines der beiden Bandenden durch die Schlaufe ziehen. Die Kugeln werden vorsichtig zusammengeschoben. Die beiden Enden werden beim Knoten unter Spannung gehalten und ca. 5 gleichmäßige Knoten werden übereinander gesetzt. Unter Spannung wird bei einer Entfernung von ca. 1,5 cm zum Knoten das Band mit der Schmuckschere abgeschnitten. Der Knoten wird nun vorsichtig unter einer Kugel versteckt. Und schon ist euer individuelles Kugelarmband fertig. Natürlich könnt ihr bei der Auswahl von Elastikband, Edelsteinkugeln und Schmuckelementen selbst kreativ werden. Alle benötigten Materialien findet ihr online unter www.heilsteinoase.de slash kreativ minus werden. Viel Spaß beim Ausprobieren!